Was geht ab meine Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute gibt es das erste Video zu der Alpha von Call of Duty Vanguard und auch von mir ein nachkommentiertes Commentary. Also ein bisschen Gameplay im Hintergrund und ich schnack einfach mal so nebenbei her. Gab es lange nicht mehr, fühle ich mich auf jeden Fall komplett und wie gesagt, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen und auch gerne ein Abo droppen, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Ja Freunde, wir sprechen heute wieder über Vanguard, was mir gefallen hat und was mir nicht gefallen hat. Ich möchte das wie gesagt alles sachlich angehen und es ist natürlich eine persönliche Meinung, die ich jetzt hier vertrete. Das heißt, ihr müsst diese Meinung natürlich nicht teilen, ganz klar. Wie gesagt, wenn ihr etwas anderes seht, könntest du mir gerne in die Kommentare schreiben, aber wie gesagt, nicht untereinander beleidigen, falls jemand eine andere Meinung vertreten sollte. Das ist mir auf jeden Fall ganz wichtig und ich würde einfach mal sagen, Freunde, wir starten rein. Ja, ich habe gestern, ich glaube 10 vor 8, habe ich angefangen meine erste Runde Vanguard zu spielen. Wie gesagt, das ist ja 2 vs 2 und habe ich natürlich mit einem Kollegen gemacht, mit Kev aka Timeless Flash, ich musste gehen raus. Auf jeden Fall habe ich mit ihm die Runden gezockt, er hat schon ein bisschen vorher gespielt und ja, die erste Runde war, war okay, ne, war okay. Dann aber die Runden, die danach gefolgt sind, waren komplett verschwitzt, aber wirklich auf einem komplett anderen Level, also wirklich eine Mohnenlobby. Man muss es einfach so sagen, wie es ist, die Lobby waren abgrundtief böse. Man muss es einfach so sagen, wie es ist und klar, es ist eine Alpha, natürlich laden sie sich gefühlt nur die Schwitze runter, aber es war so verschwitzt und es wurde immer, immer verschwitzt. Das war absolut Hardcore, ne. Also, ich will jetzt wie gesagt nicht über das Thema sprechen, aber SBM ist auch selbst in der Alpha wieder vertreten und wird natürlich selbstverständlich im neuen Call of Duty wieder dabei sein. Das war schon mal so eine erste Sache, die mich genervt hat, weil ich einfach die Alpha testen will und ja, ich habe gedacht, ich spiele wieder um Preisgeld oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das schon mal eine Sache, die mich ziemlich genervt hat. Kommen wir zu den Punkten, die aber auch sehr, sehr nervig waren. Und zum einen ist es einfach die Time to Kill. Ich weiß nicht, was die machen in Call of Duty, die machen die Time to Kill einfach auf gar nichts. Also, du bist einfach so schnell tot, du kannst nicht reagieren. Gefühlt gibt es keinen Unterschied mehr zwischen normalen Softcore und Hardcore, ne, weil einfach, man ist einfach tot. Man kann nichts machen, wenn man angeschossen wird, ist man einfach tot, ne. Da kann man wirklich gar nichts machen. Das weitere, was halt auch noch dazu passt, wenn du halt angeschossen wirst, was du jetzt gerade im Gameplay auch ab und zu sehen könnt, ist so, dass euer Bildschirm wirklich dunkelrot ist, mit Blut überströmt. Das Problem ist hierbei, wenn du angeschossen bist, siehst du nichts. Du siehst einfach nichts mehr. Das heißt, sobald ein Gegner dich anschießt, kannst du eigentlich aufgeben, wenn er natürlich treffen sollte, ne, ganz klar. Aber es ist einfach so, niedrige Time to Kill, dann, sobald du halt diesen dunkelroten Bildschirm hast, siehst du einfach nichts mehr. Und das ist einfach so eine Sache, die mich sehr, sehr stört. Also, ich hasse niedrige Time to Kill. Natürlich zu hoch ist auch nicht gut, aber es sollte, ja, gesunder Maß gefunden werden, sagen wir es mal so. Ne, weil, also, ich dachte schon, in Mono Warfare war das der Fall, dass es zu wenig war, auch in Cold War viel zu wenig. Und das ist bis jetzt auch der Fall, dass die Time to Kill viel zu niedrig ist. Ne, in Black Ops 4 fand ich das wesentlich besser. War zwar zu hoch, aber lieber eine zu hohe Time to Kill, als eine zu niedrige Time to Kill. Meiner Meinung nach, ne. So wie schon mal vorweg. Dann ist es auch so, dass Wallbang einfach, ist einfach auf der kompletten Map möglich. Ne, egal, wohinter du standest, du konntest Wallbang sein Urgroß-Opa. Das heißt, du standest hinter einem Flugzeug gefühlt, konntest trotzdem gewallbangt werden. Es gab gefühlt keine Deckung, wovor du sicher warst, ne. Das heißt, wenn der Gegner nicht angeschossen hat und du gehst, ne, aus welchem Grund auch immer noch in Deckung, weil du es noch schaffst, wegen der niedrigen Time to Kill in Deckung zu gehen, ist es einfach so, dass du komplett One-Shot bist und dass der Gegner einfach durchschießen kann. Natürlich gibt es Map-Elemente, wo halt diese Wände zum Durchschießen dafür gedacht sind. Da sage ich auch nichts zu. Aber es gibt auch halt, wie gesagt, diese Deckungsmöglichkeiten wie Autos oder sonstiges oder irgendwelche Kistenwände, wo einfach das scheißegal ist. Die Leute schießen da durch und rotzen dich komplett weg. Das heißt, wenn du es irgendwie überlebst, in Deckung zu gehen, wirst du trotzdem einfach durchgerotzt, weil einfach man durch alles durchschießen kann. Als ob die Map so ein Quadrat wäre, so, wisst ihr, ohne Deckung, ohne Gegenstände, so, dass man einfach sagt, so, schießt aufeinander drauf, so. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Der Modus fand ich gar nicht mal so eine schlechte Idee, war eigentlich ganz nett, war mal was Neues, so, dass man sich ein bisschen was kaufen konnte. Ich glaube, das ist ein bisschen an CSGO angelehnt, würde ich mal behaupten. Und wie gesagt, das ist so eine Mischung aus 2 vs. 2 und Warzone, würde ich behaupten. Also ohne Land natürlich aber halt, dass du Sachen lootest, wie zum Beispiel halt beim Gegner das Geld oder diese Wiederbelebungsmarken. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Auch das Gefühl, Kill zu machen, war gar nicht mal so schlecht. Also war auch ganz nett, muss ich sagen. Man konnte die Waffen auch auf Steuerkreuz rechts verbessern, wodurch es einfach der Fall war, wenn du zum Beispiel die Bar hattest, dann konntest du einfach Wallbang. Das war extrem krass. Du konntest einfach gefühlt durch alles durchschießen. Bei den MPs hast du das so gehabt, dass du halt mehr Aufsätze hattest. Weil es allgemein bei allen Waffen, du hattest halt Aufsätze gehabt, die konntest du dann aufrüsten. Wenn du die Waffe verbessert hast, hast du immer einen Aufsatz mehr gehabt oder die Waffe war einfach stärker. Wozu wir dann zum nächsten Kritikpunkt kommen, wegen Aufsätze. Es gibt, ich weiß nicht, ob das Explosionsmunition ist oder Feuermunition. Auf jeden Fall kannst du auf der Bar einem Sturmgewehr Feuermunition ausrüsten. Und das ist wirklich absolut weird, absolut grausam. Die Time-Docke ist noch niedriger als zuvor. Und es fuckt einfach nur ab. Sobald ein Gegner irgendwie auf dich schießt, du siehst gefühlt nichts mehr. Die Sicht ist einfach verschwommen, so wisst ihr. Und du bist so One-Shot, als ob du wirklich Hardcore spielen würdest. Es ist so krass, ne. Also das hat mir auch gar nicht gefallen. Dann ist es auch so gewesen, wenn du ins Visier gegangen bist, ist einfach die Umgebung unscharf geworden. Und ich hab wieder alles schon in den Einstellungen umgeändert. Es kann sein, dass es vielleicht ein Bug ist. Aber sobald du ins Visier gegangen bist, war das, was im Visier hatte, scharf. Aber das im, ja wie soll ich sagen, im Umfeld war komplett unscharf. Das heißt, wenn da zum Beispiel jetzt Gegner vorbeilaufen würden, würde ich ihn kaum bis gar nicht sehen. Was auch eine Sache ist, die natürlich man noch anpassen könnte, klar. Aber es hat mich auch so ein bisschen gestört. Also wie gesagt, es war komplett verschwitzt. Ja, Kills machen war echt satisfying, muss man sagen. Und wie gesagt, auch so ein bisschen dieses Schwitzen. Und es kommt, wie gesagt, aber für mich nicht so rüberfällt es nicht so gut an wie Modern Warfare, das 2 gegen 2. Also ja, Modern Warfare 2 gegen 2 war absolut legendär, wie ich finde. In Cold War fand ich das nicht so gut. Vielleicht habe ich auch nie gestockt so wirklich, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Der neue Modus würde ich ihn spielen, wenn der normale Multiplayer rauskommen würde. Wahrscheinlich nicht. So viel schon mal dazu. Dann sprechen wir nochmal ganz kurz über das Movement von Call of Duty Vanguard. Es ist ja hier die Engine drin aus Modern Warfare aus dem Jahre 2019. Und ich muss sagen, dass mir das Movement, vielleicht auch die Engine aus Modern Warfare besser gefallen hat, als die aus Vanguard. Bei Vanguard ist es so, wenn du sprintest, falls du es gleich cancelst, kommst du gefühlt nicht vom Fleck. Es fühlt sich alles sehr, sehr träge, sehr klobig an. So auf jeden Fall meine Meinung. Und wenn man angeschossen wird, kommt man auch gefühlt nicht weg. Auch wenn du einen niedrigen Time to Kill, du bist einfach tot. Das Problem, wenn du irgendwie zurückgehen willst, ne, du willst zurückgehen, aber es ist einfach so langsam. Es dauert gefühlt auch irgendwie eine halbe Sekunde, eine Sekunde, bis du sprinten kannst. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall fühlt sich das sehr, sehr weird an. Und klar, wenn du jetzt FOV hast, ist natürlich alles ein bisschen smarter und geschmeidiger. Aber das Problem ist einfach, ich spiele ja schon seit Jahren gefühlt auf dieselben FOV-Zahlen auf der Playstation. Und habe da natürlich auch meine Erfahrungen gemacht, vom Movement her und so weiter. Und kann sagen, dass sich das Movement sehr, sehr weird und träge anfühlt. So viel schon mal vorweg. Dann gibt es auch eine Sache, die gab es zuletzt bei Modern Warfare. Und ich verstehe beim besten Willen nicht, warum das schon wieder drin ist. Das macht mich auch irgendwie aggressiv. Und zum einen ist es einfach das Waffen aufstützen. Man kann in Vanguard wieder seine Waffen aufstützen. Es ist genauso stark wie damals zu Modern Warfare. Und ja, es ist noobfreundlich als Fuck. Also COD wird ja eh immer noobfreundlicher. Man muss immer weniger können, um Kills zu machen. Es ist einfach so, genauso wie bei Cold War mit diesem Streak-System, dass du einfach sterben konntest 100 Mal. Du hast trotzdem deine Streaks erreicht. Das war auch so gefühlt eine der schlechtesten Neuerungen überhaupt. Und ja, wie gesagt, das Waffen aufstützen ist einfach wieder hier der Fall, dass du dafür kein Skill benötigst. Du musst einfach nur die Schießtaste drücken und minimal mit dem Aimstick rumhantieren. Aber wie gesagt, auch nicht krass. Das ist eine Sache, die mich auch ziemlich gestört hat. Das führt auch wieder das Campen auf. Wie gesagt, es gab es ja zuletzt beim Modern Warfare. Es war einfach der Fall gewesen, zum Beispiel bei Shootouts, dass sich Leute in den Spawn geschimmelt haben. Du bist in den Spawn reingerannt und wurde es absolut weggeaimt. Du kannst einfach nichts dagegen machen, weil die Leute auch, wie gesagt, geschützt sind. Die mauten ihre Waffe an und sind dann einfach geschützt, weil sie hinter der Deckung stehen. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist eine Sache, die mich komplett gestört hat. Ich war froh, dass es in Cold War nicht drin ist. Deswegen kann ich es umso weniger verstehen, warum es jetzt wieder drin ist. Es macht für mich gar keinen Sinn. Wenn man jetzt in Warzone seine Waffe aufstützt und über mehrere hunderte Meter jemanden beamen möchte, ist das für mich was ganz anderes, als ob man jetzt bei einer 6 vs. 6 oder 2 vs. 2 auf kleinen Maps Waffen aufstützt, so wisst ihr, wie ich meine, und die ganze Zeit rumkämmt. Deswegen, das ist eine Sache, die mich ziemlich gestört hat. Eine Sache, die jetzt auch komplett neu ist, ist, dass man jetzt blindes Schießen machen kann. Das heißt, ihr seid bei einer Deckung oder bei sonst irgendwas und könnt dann blindes Schießen machen. Das heißt, ihr schießt aus der Hüfte und könnt nicht genau wissen, wo ihr hinschießt. So, würde ich das einfach mal behaupten. Sagt ja schon, der Name blindes Schießen. Also einfach aus der Hüfte, über eine Deckung zielen. Habe ich es noch nicht spezifisch getestet. Kann ich also nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. So viel schon mal vorweg. Also das ist auch immer mein Eindruck zu der Alpha. Ich bin, ja, ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen ernüchtert, würde ich sagen. Ja, alte Gewohnheiten bei Call of Duty. Man lernt irgendwie gefühlt nichts. Man hört sich auf die Community, was mich ziemlich stört. Wicht eure Meinung dazu. Schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Bewertungen da lassen. Gerne auch ein Abo droppen, Freunde. Ich bedanke mich für's Zuschauen und Zuhören. Macht's gut und haut rein.